Ihr habt einen Internetvertrag abgeschlossen und möchtet den passenden Router bzw. das passende Modem für euren Vertrag kaufen. Genau da stellt sich doch aber die Frage, was ist eigentlich ein Router, für was brauche ich den und was ist ein Modem und für was brauche ich das? Und genau das klären wir jetzt nach dem Intro. Als erstes die Frage, was ist ein Modem? Ein Modem übersetzt die Sprache eures Internet Service Providers in die Sprache eures Heimnetzes. Was meine ich damit? Naja, zum Beispiel schauen wir uns mal die Telekom an. Die Telekom verkauft in Deutschland DSL-Anschlüsse. DSL-Anschlüsse laufen in der Regel über die Telefonleitung. Dann gibt es noch Kabel Deutschland oder jetzt Vodafone Kabel. Die verkaufen DOCSIS, also Kabelanschlüsse. Hier unterscheiden sich nicht nur die Buchsen, die bei euch aus der Wand kommen, sondern die Technik dahinter ist auch eine ganz andere. Damit eure Endgeräte Internet bekommen können von euren Anbietern, muss also ein Übersetzer her, zwischen TCPIP, dem Protokoll, das im Heimnetz gesprochen wird, und dem Protokoll, das euer Anbieter spricht, zum Beispiel DOCSIS oder DSL. Übrigens, kleine Randnotiz, natürlich habt ihr im Smartphone auch ein Modem sitzen, irgendwie muss das Smartphone ja mit dem SenderMust kommunizieren. Aber wieder zurück zu den Anschlüssen, die ihr bei euch zu Hause findet. Das Modem übersetzt also die Anschlusstechnik in den TCPIP-Stack, den ihr zu Hause nutzt. Damit hätten wir jetzt erstmal geklärt, was ein Modem ist. Aber wenn das doch schon alles übersetzt ist, für was brauche ich dann noch einen Router? Naja, so einfach ist das Ganze nicht, denn aus einem Modem kommt in der Regel ein Kabel raus und das müsst ihr irgendwo reinstecken. Früher gab es Modem und Router noch getrennt. Da gehen wir später drauf ein, wie da heute die Marktsituation ist. Früher waren das also wirklich zwei Geräte, ein Modem und ein Router. Das ist heute nicht mehr so, besprechen wir aber gleich. Aber wenn ihr früher ein Modem hattet, dann kam da ein Kabel raus und das musste am Ende in irgendein Gerät reingesteckt werden. Das war auch noch ziemlich lang bei den Kabelnetzbetreibern so. Da hat man einen Kasten bekommen, das war das Modem und da hinten dran kam dann der Router. Und dieses Modem konnte ich auch direkt in meinen PC anschließen. Auch wenn das nicht empfehlenswert war, weil meistens dann die Firewall dazwischen gefehlt hat, war das möglich. Und in dem Moment konnte ich schon mit dem PC im Internet surfen. Ein Modem hat aber in der Regel erstmal kein WLAN zum Beispiel. Das ist schon mal den ersten Nachteil, den ihr als Endverbraucher dann merken werdet. Und zum anderen habe ich eigentlich nur einen Ausgang, könnte also per Kabel nur ein Endgerät anschließen. Und hier kommen dann die Router ins Spiel. Ein Router ist in der Lage, mehrere Endgeräte bei euch im Heimnetz zu verwalten. Die können sich dann anschließen per WLAN oder per Ethernet-Kabel. Es gibt also zwei Verbindungsmöglichkeiten, wie sich die Geräte am Router anmelden können. Das hat ein Modem schon mal nicht. Zudem hat ein Router natürlich mehrere Ethernet-Ausgänge und nicht nur einen wie das Modem. Router haben außerdem noch eine Firewall integriert, die das Netz des Anbieters abtrennt zu eurem Heimnetz, so dass keine Zugriffe aus dem Internet in euer Heimnetz passieren können, außer ihr erlaubt es natürlich. Wenn ihr euch heutzutage einen Router kauft, dann sind da natürlich auch Telefonie-Funktionen integriert. Das heißt, ihr könnt über analoge Kabel euer Telefon anschließen. Manche Router haben auch Deck-Basis-Stationen integriert. Das heißt, ihr könnt eure schnurlosen Telefone direkt an den Router ohne Umwege anschließen. Im Router selbst ist es dann konfiguriert, mit welchen Nummern ihr anrufen könnt oder welche eingehende Nummer ihr empfangen könnt. Jetzt aber zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich zu Router-Modem-Kombinationen. Und in Deutschland zumindest gibt es kaum noch was anderes, soweit ich weiß. Wir haben ja in Deutschland in der Regel entweder einen DSL-Anschluss, Glasfasser würde ich jetzt mal nicht als die Regel bezeichnen, deshalb lasse ich das mal aus der Betrachtung raus. Normal hat man einen DSL-Anschluss oder man hat einen Kabelanschluss. Bei beiden Anschlussarten gibt es mittlerweile eine ganze Menge Geräte, die beides unterstützen, also die sowohl Router als auch Modem sind. Das heißt, die beiden Geräte sind in einem Gerät zusammengewachsen und das ist auch sehr vorteilhaft. Erstens habe ich nur ein Gerät, das Strom verbraucht. Zweitens kann ich viel mehr Funktionen dann davon nutzen und die viel besser einstellen im Webinterface der Geräte. Als Beispiel habe ich mal hier die Vodafone Station. Die wird direkt von Vodafone ausgeliefert, kostenlos für Kunden. Und da ist halt hinten der Koaxialanschluss dabei und dann habe ich halt noch Ethernet-Ports. Und da sieht man halt, dass das Ding eigentlich so eine Art Adapter ist zwischen dem DOCSIS-Protokoll und eurem Ethernet zu Hause, also eurem IP-Protokoll. Gleiches gilt natürlich auch für die Fritzbox-Cable-Version. Auch da ist Router und Modem in einem Gerät kombiniert. Um jetzt auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Was brauche ich denn, wenn ich jetzt einen Anschluss abgeschlossen habe? Also auf jeden Fall würde ich euch natürlich empfehlen, so eine Kombination zu wählen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt noch andere Geräte gibt, die das abtrennen. Macht absolut keinen Sinn für einen privaten Haushalt. Ich bin ein kleiner AVM-Fanboy, das gebe ich auch gerne zu. Die Geräte sind sehr flexibel, gut konfigurierbar und einsteigerfreundlich. Deshalb würde ich, wenn mich jemand fragt, dazu raten, AVM-Geräte zu nehmen für diesen Zweck. Die gibt es für Cable-Anschlüsse. Die gibt es aber auch zum Beispiel für LTE-Anschlüsse. Also wenn man zu Hause nur LTE empfängt und keines der Kabelnetze oder Telefonnetze zu Hause hat, dann muss man eventuell auch auf einen LTE-Router zurückgreifen, der das Ganze dann nochmal im Haus verteilt. Ihr könnt natürlich auch die Angebote eurer Internet-Service-Provider nutzen. Wenn ihr dort aber mal die Nutzererfahrung lest, werdet ihr merken, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, sein Heimnetz mit WLAN und einem Router auszustatten. Dazu muss der Router nicht die Sprache des Anbieters sprechen. Der muss also weder DOCSIS sprechen, noch muss der DSL sprechen. Ein Beispiel dafür ist das Netgear Mesh WiFi 6 System. Das dient eigentlich nur dazu, das Haus mit WLAN zu versorgen. Und da Mesh eine proprietäre Technik ist, die sich aktuell noch nicht mit anderen Herstellern kombinieren lässt, sollte man im Heimnetz also auch auf nur einen Hersteller setzen. Wie kann ich das jetzt aber machen, wenn der Netgear doch überhaupt nicht DSL spricht oder kein DOCSIS spricht? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ihr braucht in jedem Fall ein Modem, das die Sprache spricht. Soweit waren wir ja schon. Zum Beispiel die Vodafone Station, die ich hier stehen habe. Die wird mitgeliefert bei den meisten Verträgen von Vodafone. Gibt es aber, soweit ich weiß, auch ohne WLAN. Dann könnt ihr zwar die Kabelanschlüsse nutzen, aber die Geräte nicht per WLAN einbuchen. Das ist bei manchen Tarifen dann etwas günstiger. Würde ich aber auch generell empfehlen, denn die Vodafone Station hat laut Berichten im Internet extreme Probleme, was WLAN angeht. Es gibt dort wohl regelmäßigen Verbindungsverlust. Wer also eine Vodafone Station hat, der kann sich dafür entscheiden, die Vodafone Station in den Bridge-Modus zu setzen. Und damit wird sie dann tatsächlich wieder zum Modem. Dann werden alle Router-Funktionalitäten deaktiviert und sie gibt nur noch ein Signal aus, das dann von einem Router weiterverarbeitet werden muss. Und dahinter könnte ich dann zum Beispiel das Netgear-Set anschließen. Alternativ ist es aber auch möglich, das Teil nicht in den Bridge-Modus zu setzen, sondern es im Modus zu lassen, wie es ist. Und ich kann trotzdem hinten dran das Netgear-Gerät anschließen. Und das Netgear-Gerät kümmert sich dann zum Beispiel um die WLAN-Verteilung. Netgear war jetzt hier einfach nur mal ein Beispiel, um ein Gerät zu zeigen, das eben kein DSL, DOCSIS oder ein anderes Protokoll spricht, das eure Anbieter bei euch ins Haus werfen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt.